Seit jeher üben Magnete auf die Menschen eine große Faszination aus. Auch heute noch birgt die unsichtbare, aber spürbare Kraft immer noch viele Geheimnisse. Energetik-Spingen kombiniert diese Kraft mit exklusivem Schmuckdesign. Dadurch entsteht ein neues, einzigartiges Kraftpotenzial. Weltweit sind Millionen Menschen von diesem exklusiven Designschmuck aus Bingen begeistert. Sie tragen den Schmuck, weil sie von seiner Ausstrahlung fasziniert sind und weil sie die Kraft der Magnete immer in ihrer Nähe haben wollen. Für viele tausend Menschen ist die Kollektion aus Bingen zudem Grundlage einer soliden beruflichen Existenz. Von der Tätigkeit im Nebenberuf bis hin zur nahezu grenzenlosen Karriere. In einem internationalen Design-Team entstehen in länderübergreifender Zusammenarbeit Schmuckkreationen im eigenständigen Stil von Energetik-Spingen. Seit Jahren ist die Kollektion auf der ganzen Welt gefragt. Die Faszination des Schmucks und die Erwartungen unserer Kunden und unserer Vertriebspartner sind für uns eine täglich neue Herausforderung. Unsere Designer entwerfen wunderschöne Kreationen. Mit dem Gespür für die kommenden Trends entstehen exklusive Schmuckstücke, die Maßstäbe setzen und weltweit begeistern. Prominente Inspiration bereichert den Kreativprozess und führt immer wieder zu überraschenden Ergebnissen. Mit Star-Fotografen, Topmodels und Prominenten setzen wir unsere Kollektionen in Szene. Die Kombination des exklusiven Design-Schmucks mit der Kraft der Magnete ist Basis für den Erfolg von Energetik-Spingen und seiner Vertriebspartner. Die hohen Ansprüche an Design und Qualität und nachhaltiges Wirtschaften haben dazu beigetragen, dass Energetik-Spingen heute der Marktführer im Direktvertrieb von Magnetschmuck ist. Erklärtes Ziel ist es, das Unternehmen in Zukunft noch stärker zu machen. Für den Erfolg unserer selbstständigen Vertriebspartner tun wir alles. Hochmoderne und leistungsstarke IT-Lösungen und ein ausgereiftes Management-System sorgen für einfachste Bestellvorgänge, schnellste Lieferungen und Abwicklung der Aufträge. Ein vielsprachiger Customer Support beantwortet alle Fragen. Kataloge, Broschüren, Verkaufshilfen und Aktionen bieten jede denkbare Unterstützung. Das System greift. Es bietet unseren Vertriebspartnern die Chance auf Verwirklichung privater und beruflicher Lebensträume. Größeren Wohlstand zur Erfüllung von Wünschen, Aufbau einer beruflichen Existenz bis hin zum eigenen Unternehmen. Zeit für Familie und Freunde, Zeit für Gesundheit. Unser Ziel ist klar. Wir wollen, dass unsere Vertriebspartner noch erfolgreicher werden. Erfolgreicher, aber nicht um jeden Preis. Offenheit, Ehrlichkeit, Respekt, Vertrauen und soziale Kompetenz kennzeichnen unsere Arbeitsweise. Jedem, der es möchte, ermöglichen wir den persönlichen Erfolg. Unabhängig von Alter, Geschlecht, Nationalität oder Religion. Stärker, erfolgreicher, gemeinsam. So wollen wir arbeiten. So wollen wir in unserem Beruf Leben. Als Ausdruck der Dankbarkeit unter diesen Bedingungen und mit Erfolg arbeiten zu können, engagieren sich Vertriebspartner und Unternehmen im sozialen Bereich. Seit Jahren unterstützen wir die Projekte des niederländischen Arztes Dr. Hugo Tempelmann und ermöglichen AIDS-Waisenkindern in Südafrika eine neue Lebensperspektive. Die gelebte Philosophie des Unternehmens kommt gut an. Intern bei Mitarbeitern und Vertriebspartnern und extern bei einer breiten Öffentlichkeit. So lobte Bundesarbeitsministerin Ursula von der Leyen anlässlich eines Besuches die vorbildliche Personalpolitik. Ich habe hier ein ganz innovatives, modernes Unternehmen erlebt, was ein ausgezeichnetes Betriebsklima hat, was Frauen fördert, was sich immer freut, wenn Kinder geboren werden, aber was hochmodern in der Logistik, im Vertrieb und natürlich im Produkt selber ist und das ist schon spannend. Mit voller Unterstützung ermöglichen wir jedem neuen Vertriebspartner einen einfachen und schnellen Start. Ob als zweites Standbein oder Vollzeittätigkeit. Jeder Einsteiger wächst Schritt für Schritt in seine Tätigkeit. Dabei steht ihm sein Sponsor mit Rat und Tat zur Seite. In einem ausgereiften Trainingssystem geben unsere besten Berater ihre wertvollen Erfahrungen weiter. Auch unsere Events nutzen wir regelmäßig, um einen Beitrag zur beruflichen und persönlichen Entwicklung unserer Vertriebspartner zu leisten. Hierfür engagieren wir die besten und renommiertesten Trainer, wie Jörg Löhr oder Semi Moncho. Beste Voraussetzungen für eine Karriere ohne Grenzen. Auf Basis fairer Konditionen lassen sich beste Verdienstmöglichkeiten realisieren. So erhalten unsere Partner bis zu 40 Prozent Einkaufsrabatt. Top-Verkäufer können darüber hinaus Bonuszahlungen von bis zu 5 Prozent erzielen. Und wer andere für diese Berufsidee gewinnt, sie in sein Team aufnimmt, einarbeitet und betreut, profitiert zusätzlich vom Umsatz seiner Gruppe. Der Vertrieb über Netzwerke wird immer bedeutender. Umsätze und die Zahl der aktiven Vertriebspartner steigen sowohl in Deutschland als auch weltweit. Das hohe Wachstumspotenzial des Direktvertriebs ist Basis für nachhaltige Erfolge der Vertriebspartner und der Unternehmen. Der Magnetschmuck von Energetik Spingen öffnet den Vertriebspartnern alle Türen. Die wunderschönen Produkte sprechen für sich selbst und müssen nicht erklärt werden. Das Design begeistert Frauen und Männer gleichermaßen und weckt in Kombination mit den integrierten Magneten immer wieder spontane Kaufbereitschaft. Schmuckpräsentationen zu Hause bei Freunden, Bekannten, Nachbarn oder Kollegen zählen zu den beliebtesten Verkaufsinstrumenten. Sie bieten einen vertrauten Rahmen mit positiver Atmosphäre. Aufgrund der spontanen Begeisterung lassen sich Energetiksprodukte aber auch an jedem anderen Ort und zu jeder Gelegenheit mit Erfolg verkaufen. Auf Veranstaltungen oder Messen. Im Internet über den eigenen Webshop, im Zugabteil, im Wartezimmer, beim Friseur oder wo immer man sich gerade auffällt. Viele Vertriebspartner führen stets eine Auswahl von Schmuckstücken mit sich. Für sie ist der Spaß am Verkaufen längst zum festen Bestandteil geworden. Als zusätzliche Motivation bieten wir unseren besten Vertriebspartnern spannende Trainingsreisen an die schönsten Orte der Welt. Das Autoprogramm Energetikstrive mit günstigen Konditionen und echten Zuschüssen erfüllt den Wunsch nach einem repräsentativen Fahrzeug. Die jährliche Vorstellung des neuen Kataloges ist ein Event der Extraklasse. Hier treffen sich Vertriebspartner aus aller Welt, um die neue Kollektion zu feiern. Das Katalog-Launch-Wochenende besticht durch eine Mischung aus Show, Training, Prominenz, Tanz und Musik. Die neue Kollektion ist so, 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 so beautiful, really, so refreshed. Das Event insgesamt finde ich sehr toll. Sehr gelungen. Die Blasershow hat mich beeindruckt. Was ich meistens mag ist die Atmosphäre. Es ist einfach unglaublich. Wir lieben einfach. Es sind Schöne, es ist so relaziert. Das ist die Art und Weise. Ich liebe Energetik. Das Konzept Energetik-Spingen geht auf und wird immer erfolgreicher umgesetzt. Unsere Vision stärker. Erfolgreicher. Gemeinsam. Weist uns dabei den Weg.